Ich weiß echt nicht, woher die gerade geschossen haben. Ob das wirklich die vom Haus waren oder irgendwelche vom Hügel. Ich komme zuvor. Ich bin von hinten erschossen worden. Es waren nicht die vom Haus, aber ist egal. Irgendwann ist das sicher noch am Hügel gesessen dann. Irgendjemand muss immer sterben. Immerhin hast du diesmal angetötet. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Es ist so schwer zu ziehen vom Fuggy aus. Ach Gott. Komm, isch, isch, isch. Komm. Das müssten wir jetzt dann auch machen. Wenn wir gescheite Waffen haben, hauen wir uns immer am Rand vom weißen Grund und schauen, ob welche nachkommen. Also ich würde behaupten, wir gehen in die Mitte und lassen einfach, dass die sich gegenseitig töten. Was ich meine? Was man komplett anlegt, oder was? Natürlich. Wir gehen einfach in die Mitte. Da springen wir gleich raus und den Rest schwimmen wir. Nein. Da rüber zum AKW. Ich hätte gesagt, wir gehen gleich runter. Jetzt? Ja. Ich hätte nämlich gesagt, gehen wir zum AKW. AKW zum Kraftwerk oder was? Ja, ja. Okay. Wir gehen zum AKW, weil das ist sehr nah am Wasser. Da geht sicher niemand drüber. Das ist nicht. Nein, schau, es ist keiner in der Nähe. Es ist keiner in der Nähe. Oh ja, einer ist da vorne. Nein, ein Team ist gar nicht da. Im AKW oder rechts? Innen drin. Ah ja, genau. Dann gehen wir rechts da raus zu den anderen Häusern. Schau, da sind genug Häusern. Okay, ja. Zu den kleinen Roten. Genau, ja. Bamm, bamm, bamm. Schon tot, wenn du noch in der Luft bist. Du hast sogar ein Auto da stehen, schau. Das ist super. Sogar zwei, ein Quartes auch da. Vielleicht sollte man zwei Autos stehlen, weißt du so? Ja. Du siehst, zwei Gegner ist jetzt mal nicht so dramatisch. Bis jetzt waren wir immer umzingelt von aller Seiten. Ah ja, das ist geschissen. Wenn du nicht weißt, woher du kommst, fokussierst du dich auf einen, weil wir haben gerade aufs Haus geschaut und irgendwo von hinten sind sie geschossen gekommen. Ich hab schon gehört, wo sie auf dich geschossen haben. Und ich war ein bisschen weiter weg und dann bin ich aber von der anderen Seite erschossen worden. Also... Ah, da ist der Eingang. So, okay, da. Da kommen wir gleich einmal da. Ich werde noch schassen. Da liegt nichts drum. Und es liegt wirklich nichts drum. Scheiße. Ist da ein Rucksack? Ist der Schack? Was ist da ein Rucksack? Ja, da haben wir Munition. Kultzreste, Magazin. Schön, dass ich ein Magazin kriege. Ich brauche aber Puffen dazu auch, Leute. Das Haus ist leer gewesen, was ich gehabt habe. Meins leider auch. Da liegt eine Waffe. Nein, Munition, Rucksack. Doch. Eine UMP. Oh, da liegt alles. Da. Komm her, komm her, komm her. Da war ich schon. Komm her. Du kannst besser, nimm das. Da liegt alles rum, was wir brauchen. Ui, 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 ui. Immer das. Das und das und das und das und das. Nachladen den Scheiß. Okay, auf zu die roten Häuser da drüben. Warte, warte, warte. Wo ist eigentlich der Punkt? Ich nehme hier nur noch... LOL, wo der Punkt ist? Was? Auf der Military Base. Was? Und der Pass ist alter Pistorat, warte. Passt eh. Müssen wir nur über die Brücken rechtzeitig drüber kommen. Siehst, jetzt haben wir wenigstens alle geworfen, aber hinter uns waren halt Autos gewesen, weißt? Ja, warte, da geh ich gerade. Das Auto nehmen uns nämlich mit. Auto nehmen uns mit. Boah, jetzt hast du mir erschreckt. Warte, 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 warte. Kann ich da rausschießen? Ja. Fahren wir sofort über die Brücken rüber. Ah, scheiße! Ich bin rausgefallen. Shit. Ich bin rausgefallen, ich soll noch 50% leben. Willst du direkt so weit fahren? Warte, ich brauche irgendeine Erste Hilfe. Schauen wir die zwei Häuser da noch durch. Ja. Ja. Wenigstens Erste Hilfe gehen wir rauf in den ersten Stock. Gut ist halt, dass wir schon mal ein Auto haben. Da liegen Schrottflinten rum. Oh, scheiße. Ah, Kevlar. Alter, ich brauche jetzt wirklich Erste Hilfe. Was hast du für eine Waffe? Die UMP. Okay. Bist verletzt, gell? Das soll jetzt nicht heilen. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Ich habe aber nichts zum Heilen. Deshalb... Ah, ich habe einen Verband da, wenn du dich dann fragst. Das ist ja der einzige Grund, warum ich jetzt einen da herwollt. Damit ich mich irgendwo heilen kann. Immerhin gibt es einen Haufen Munition. Ich werde mal alles nachladen. Den Hallen hast du jetzt nicht gefunden, gell? Na, naja, nicht. Für die auch nichts drin? Ah, der da, nimm mal Verband liegt am Boden. Ja, der ist nicht so lang. Äh, okay. Weil ich da mitmal noch steig ein. Ja, verband ist echt nicht so gravierend toll. Na, dann kannst du halt öfters verrieren, ne? Echt? Ja. Okay, jetzt im Auto geht es nicht. Macht nichts. Da machen wir nachher. Ich würde wirklich behaupten, fahren wir gleich über die Brücke, oder? Ja. Weil die anderen sind... Wer weiß, wo die alle ausgestiegen sind, weißt? Und dann setzen wir uns da irgendwo rein und dann hoffen wir es. Glaubst du irgendwas siehst? Vielleicht überfahre ich was. Ja, deshalb schaue ich da raus. Schaut nicht so aus, als ob sich da was bewegt. Wir sind ja alle sehr weit weg von uns rausgesprungen, was das ist. In der Stadt fahren wir nicht einfach durch über die Brücke und fertig. Boah, wir werden beschossen. Fahr einfach, fahr, fahr, fahr. Die sind da in die Häuser drin alle. Egal. Dann sind wir gleich durch. Alter, da sind ein Haufen Leute. Einfach drüber, einfach drüber. Wir sollen uns alle ganz gediegen am Arsch lecken. So weit wie möglich rein und dann raus aus dem Auto und dann schauen wir, ob wir irgendwas finden. Hauptsache über die Brücke. Einfach geradeaus in der Mitte dort irgendwo sind zwei Häuser. Nicht da wo ganz viele Häuser sind, sondern gehen wir da wo ein bisschen Häuser sind. Auf der Kreuzung, oder? Ein bisschen über die Kreuzung drüber, ja. Oder gehen wir da oben drauf. Links oder rechts? Oder gehen wir oben auf den Radioturm. Mit dem Radioturm, glaubst du oben liegt was. Aber können wir hochschauen, wenn du wirst. Weil jetzt bin ich ein Scharfschützer, wenn wir am Gescheitersten. Ja. Alter, das Auto macht nicht mehr lange. Bergauf, bergauf. Aufwärts ist schlecht da mit dem. So, bleiben wir gleich da. Oh, da scheint ein Munitionskistar einrin. Seh ich schon. Oh, 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 oh. Warte, 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 draußen. Äh, da. Wo? Genau da beim Busch huckt er, beim Busch huckt er. Der huckt beim Busch. Genau da ist er, der Seite. Der kommt vor. Nein! Weißt du, was jetzt gerade war? Ah. Nur Einzelschuss. Ich hab vergessen umstellen auf Dauerfeuer. Das ist so typisch, weißt du? Wir fahren da so sicher hoch und dann kommt so ein Scheißer daher. Und pötzt uns weg. Ja, und ich hätte ihn jetzt töten können, aber ich hab nur den gehabt. Nur das Dauerfeuer ausgeschalten. Scheiße. So ein Ficke. Er hätte so schön laufen können. Schreie? So ein Ficke. Schreie? Und da kam? Ja, ich hab mich. S 신�achete. Jetzt kann ich mit der Schreie. Ja, ich hab mich vor die Schreie. Untertitelung des ZDF, 2020